Herzlich Willkommen bei diesem Jahreshoroskop für Jahr 2019 für Chiarilia. Liebe Chiarilia, das ist dein Jahreshoroskop nach indischen Astrologie und so wie dieses Bild siehst, stellt dein Geburtshoroskop bildhaft dar. Und dieser Geburtshoroskop bleibt so stehen, so wie die Sternen waren über dir in dem Moment, wo du geboren bist. Also das bleibt stehen, aber dein Leben bewegt sich, du bewegst dich auch und der Beginn ist dein Geburtsmoment oder Aszendent. Und hier startest und machst diese Lebensschritte und Lebenserfahrungen durch den zwölf Tierkreis zeichnen und du erreichst alle einzelnen Tierkreis zeichnen und das zeigt sich als sieben Jahren Perioden. Und ich würde das mal so sagen, dann bewegst du dich in diesem Boden und das sind wichtige Themen in diesen Perioden, das zeigt die einzelnen Tierkreis zeichnen oder du erlebst in deinen Jahren dann, in diesen sieben Jahren, die Einflüsse von außen. Du bewegst dich zur Zeit in diesem Boden die Tierkreis zeichnen wieder und das beginnt gerade in deinem Leben. Das heißt, du machst jetzt einen Wechsel, verlässt du die Tierkreis zeichnen fischen und startest die Tierkreis zeichnen wieder und das bedeutet für dich Umbrüche, Veränderungen, Neuanfang und Kraft und Mut wirst du zeigen. Nicht nur du bewegst dich, sondern auch Sonne, Mond und die Planeten. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und ich zeige diese Jahresbewegung, dann weißt du genau, welchen Planet wo sich befindet und immer die Tierkreis zeichnen, die Lebensbereiche wird dann aktiviert. Die Lebensbereiche, wo du selbst im Geburtshoroskop kein Planet hast und auch die Sonne, Mond ist woanders, das sind nicht so wichtige Bereiche für dich. Für dich ist sehr wichtig deine Selbstdarstellung, deine Wertschätzung, dein Selbstwertgefühl, Finanzen, dein Zuhause, die Kinder, die Arbeit und auch die Partnerschaft, wo auch karmische Themen hast. Das sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche. Jedes Mal, wenn ein Planet sich eintritt, eintritt in einen Lebensbereich oder ein Tierkreis zeichnen, wird bei dir etwas aktiviert. Die schnelleren Planeten wie Merkur und Venus haben auch einen großen Einfluss. Bei Merkur geht es um Handlungen, um Gespräche, um Nachricht. Aber das wird mehr in die Alltag, Alltagereignisse bei Venusenergie natürlich etwas verschönern oder die Weiblichkeit lieben, hat einen Einfluss auf liebe Partnerschaft. Natürlich, das ist auch sehr wichtig. Aber wo wirklich so schicksalhafte Veränderungen kommen, das kommt von den langsameren Planeten. Besonderes Saturn ist auch der Schicksalsplanet. Dann auch Uranus kann auch sehr viel auslösen. Das sind immer Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Die Mondenergie werde ich nicht sagen, sonst müsste ich das jeden zweiten Tag, diese Mondbewegung beschreiben, dann wird diese wieder unendlich. Aber ich empfehle dir die Tageshoroskopen zum Anschau, weil dort zeige ich jeden Tag, wo sich so ein Mond und die Planeten sich befinden. Dann kannst du das übersetzen auf dein Geburtshoroskop. Bei Mondbewegung werde ich nur die Mondphasen sagen, weil das hat eine Bedeutung, Neumond heißt Rückzug, Nachdenklichkeit, vielleicht sogar Meditation, immer bezüglich auf die Themen, wo sich dieser Neumond befindet und in den Lebensbereichen, wo bei dir das wirksam ist. Vollmond heißt, es wird etwas beleuchtet. Da bekommen wir Klarheit, Orientierung oder brauchen wir die Klarheit und Orientierung. Dann öffnen wir unseren Augen oder suchen wir die Wahrheit. Und immer wo die Vollmond befindet, immer dort brauchen wir in Tagen dann die Klarheit, Orientierung. Halbmond ist wunderschön, aber immer eine Spannung. Bei Halbmond steht Sonne und Mond in Spannung. Wir brauchen immer die Ausgleich, was ich im Tageshoroskopen immer beschreibe, was uns Ausgleich gibt. Das sind Monat zu Monat anderes. Und nur zum Verstehen bei Halbmond ist eine gewisse Unsicherheit, Nervosität. Kann auch bedeuten, dass die Umgebung, alle anderen sind so hektisch und nervös. Man spürt diese Spannung. Und ich werde dann bei den einzelnen Monaten immer sagen, wann ist Halbmond, wann ist Vollmond und in welchen Tierkreis. Natürlich, das ist die indische Berechnung. Und ich starte jetzt. Januar. Es hat schon begonnen, aber ich bleibe noch Monat Januar, weil sind wir jetzt noch Anfang Januar. Januar befindet sich Uranus in Tierkreiszeichnen wieder. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse, Überraschungen. Uranus bleibt ganzes Jahr im Wider. Und das löst hier bei dir aus, im beruflichen, aber auch im Freundeskreis. Aber die elfte Lebensbereich heißt nicht nur Freundeskreis, sondern hier sind die Hoffnungen. Ketu zeigt die alten Karma. Ketu ist im Steinbock und wirkt gerade im Bereich Partnerschaft. Und Ketu bleibt bis März in diesem Bereich, aktiviert karmische Themen. Rahu ist im Krebs, wirkt auf deine Persönlichkeit, hast du auch wieder Lärmaufgaben, karmische Themen. Rahu bleibt auch bis Ende März in Krebs. Venus befindet sich im Waage und das heißt, du verschönerst etwas und das in Wohnsituation. Oder du genießt dein Zuhause, weil es einfach angenehm ist. Kann auch bedeuten, du bekommst einen Besuch von einer weiblichen Person. Jupiter bringt Glück, vergrößert etwas. Jupiter ist in Tierkreis, zeichnen Skorpion. Wirkt auf dem sechsten Lebensbereich, auf die Arbeit und wirkt auf die Kinder. Weil Jupiter vergrößert etwas, kann auch mit Schwangerschaft was zu tun. Das würde für dich zum Beispiel Enkelkinder bedeuten, ist natürlich auch möglich bei Jupiter-Energie. Aber bringt auch Glück und das erlebst du hier im fünften, sechsten Lebensbereich. Saturn und Pluto ist im Schütze. Saturn zeigt Ernsthaftigkeit, auch Lernaufgaben und Pluto zeigt die Macht, die Kraft, auch diese inneren Kraft, auch die Energie der Transformation. Wirkt hier im sechsten und im siebten Lebensbereich, diese beiden langsamen Planeten. Bei Saturn ist natürlich auch schicksalhafte Veränderungen. Sonne und Merkur befindet sich im Schütze. Die Lebensenergie fließt in diesem Bereich, sechster, siebten Lebensbereich. Und bei Merkur natürlich handelt es sich um Kontakte, Gespräche. Neptun ist im Wassermann. Und bleibt auch im Wassermann. Hier kannst du dein Träume leben. Das ist die Transformation und Ausland. Und Mars in der Türkei zeichnen Fischen. Und das kann deine Kraft sein, dass du dich da einsetzt, kann auch eine männliche Person sein, wirkt auf dem neunten und zehnten Lebensbereich. Das heißt Berufung oder Ausland und Reisen. Siebte Januar, das ist jetzt vorbei, wurde Uranus direktläufig und die Umbrüche, Veränderungen werden kommen. Endlich kommt eine Vorwärtsbewegung. Sechste Januar ist auch vorbei, das war Neumond im Schütze. Vierzehnte Januar, das kommt noch, ist Halbmond in Fischen. 21. Januar ist Vollmond im Zwillinge und 27. Januar ist Halbmond im Jungfrau. Februar Uranus bleibt, Jupiter bleibt, Saturn bleibt, Pluto bleibt, Neptun bleibt, Mars bleibt. Was sich ändert, das ist immer die Sonne und Venus, Merkur. Und das bedeutet, Sonne ist im Steinbock, Merkur ist auch im Steinbock. Die Lebensenergie fließt auf die siebte, achte Lebensbereich und bei Merkur Energie handelt sich um Gespräche und bei achtem Lebensbereich kann auch um ämtliche Themen sein, dass du da Termine hast oder musst was ausfüllen. Und das bedeutet, Venus ist in Tierkreis Zeichnen Schütze. Und das ist die Liebe und hat einen Einfluss auf den sechsten und siebten Lebensbereich. Natürlich zeigt auch deine weiblichen Energie und deine Kreativität. 4. Februar ist Neumond im Steinbock. 12. Februar ist Halbmond im Wider. 19. Februar ist Vollmond im Krebs. 26. Februar ist Halbmond im Waage. März. Mars übergeht in Tierkreis Zeichnen Wider. Hier ist die Kraft, wo du dich einsetzt. 11. 11. Lebensbereich kann auch eine männliche Person sein, was bei dir hier im 11. 10. Lebensbereich was auslöst. Rahu Ketu, dieser Mondknoten bleibt noch. Jupiter bleibt auch. In Skorpion. Saturn Pluto bleibt im Schütze. Was sich ändert, das ist Sonne, Merkur, Venus. Sonne in Tierkreis Zeichnen Wassermann. Da fließt die Lebensenergie. Kommt auch mehr Klarheit. Venus befindet sich im Steinbock. Das ist wichtig. Die Liebe befindet sich auch im Partnerschaftsbereich. Und Merkur ist im Fischen. Und das kann für dich bedeuten, Terminengespräche bezüglich auf die Arbeit oder Nachricht von Ausland. Rückläufigkeit bedeutet entweder, das werft etwas zurück oder wird etwas gebremst. Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Etwas kehrt zurück von der Vergangenheit, dieselbe Thematik. Oder eine Person kehrt von der Vergangenheit zurück. 6. März wird Merkur rückläufig. Und das kann bedeuten, entweder, dass die Gesprächentermine gehen nicht voran und du bist immer in Warteposition. Kann auch bedeuten, dass jemand schreibt, meldet sie sich, kommt eine Nachricht, jemand von Vergangenheit. 4. März ist Neumond im Wassermann. 14. März ist Halbmond im Stier. 21. März ist Vollmond im Löwe. 28. März ist Halbmond im Skorpion. April, da ändert sich etwas. Zwar, Mars übergeht in Tierkreiszeichnen Stier. Das kann bedeuten, dass du einen Rückzug brauchst, damit du wieder die Kraft verspürst. Kann auch bedeuten, dass du hier geheime Feinde hast und musst du dich durchsetzen. Oder eine männliche Person möchte mit dir treffen und das soll im Geheimen bleiben. Hier liegen die Geheimnisse. Natürlich, weil du hier karmischen Themen hast, kann eine Begegnung sein mit diesem Mann oder Themen zu karmischen Themen bezüglich Liebepartnerschaft. 5. Rahu und Ketu ändert sich die Position. Rahu, das ist der neue Weg, was die Seele braucht zum Entfalten oder Lernen. Rahu ist in Zwillinge und bleibt ganzes Jahr in Zwillinge. Aktiviert etwas in deinem persönlichen Leben. Wirkt auf deine Persönlichkeit und im zwölften Lebensbereich. Jetzt kommen die karmischen Themen bei dir sehr stark im Ausdruck. Ketu ändert sich auch die Position. Das zeigt Vergangenheit, alten Erinnerungen, karmischen Themen auch. Ketu bleibt bis Jahresende im Schütze. Jupiter ändert sich auch die Position. Jupiter übergeht in Türkei seinen Schütze. Vergrößert etwas, bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten. Und natürlich, Merkur ändert sich wie immer, Venus und die Sonne. Die bewegen sich schnell, die ändern sich jeden Monat, manchmal sogar. Das sind Wochenereignisse. Die Sonne befindet sich in Fischen. Da ist die Licht, die Lebensenergie. Merkur in Wassermann. Natürlich bei dieser Rückläufigkeit hier in Wassermann. Ausland, Kontakt. Kann natürlich auch Fremdsprache sein. Und Venus befindet sich auch im Wassermann. Liebe im Ausland, Kontakte im Ausland. So. 11. April wird Jupiter rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig. 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond in Fischen. 12. April ist Halbmond in Zwillingen. 19. April ist Vollmond im Waage. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai. Sonne übergeht in Wider. 27. April ist Jupiter rückläufig. Und kehrt wieder zurück zum Skorpion. 23. April ist Perfection. ателиffведenuraing. 24. April und Venus ist in Fischen. Alle anderen bleiben, also das heisst Saturn bleibt, Pluto bleibt, Neptun bleibt, Uranus bleibt, das erwähne ich nicht jedes Mal. 4. Mai ist Neumond im Wider, 12. Mai ist Halbmond im Krebs, 18. Mai ist Vollmond im Waage, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, Juni. Venus ist im Wider. Das kann bedeuten, Liebe in diesem Bereich, Arbeit oder Freundeskreis, natürlich kann auch bedeuten, du zeigst deine Kreativität oder im Freundeskreis mit einer weiblichen Person die Kontakt. Sonne und Merkur ist im Stier. Das sind die Geheimnisse. Und das kann bedeuten, dass jemand erzählt, bei Merkur handelt es sich um Gespräche, erzählt etwas über ihre oder über seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du ein geheime Feinde hast und diese Person schwätzt etwas und kommt die Sonnenenergie, kommt die Wahrheit ins Licht. Kann auch ein Hinweis für dich sein, sprich nicht über deine Geheimnisse, weil die Sonne bringt das ins Licht, das heißt, es wird weitererzählt. Also eher schweigen. Mars übergeht im Tierkreis, zeichnen Zwillinge. Das zeigt deine Kraft oder eine Begegnung mit einer männlichen Person, ein Treffen, das trifft dich persönlich als eine persönliche Begegnung. Was interessant ist im Juni, das Pluto ist rückläufig und das zeigt oft karmischen Themen. Saturn ist rückläufig, zeigt auch karmischen Themen und Ketu ist die alte Karma. Das ist alles, alles karmisch, alles, alles ist Vergangenheit. Und die wirken zusammen, sie bilden sich eine Konjunktion am Juni. Saturn, Pluto, Ketu, eine Konjunktion, das heißt, sie vereinen sich und wirken gemeinsam und das im Schützen. Wirkt bei dir im Alltag, wirkt bei der Arbeit, Gesundheit und natürlich die Partnerschaft. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier, 10. Juni ist Halbmond im Löwe, 17. Juni ist Vollmond im Skorpion, 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Juli Sonne und Venus ist in Zwillingen. Das ist dein persönlichen Glanz, dein persönlichen Auftreten mit Venus-Energie, dein Weiblichkeit. Das, so wie du wahrgenommen bist und so wie du dich auch zeigst nach außen. Mars und Merkur ist im Krebs, wirkt auf deine Persönlichkeit, aber wirkt auch auf die Finanzen. Hier kann ein Vertrag sein, dass du um die Geld kümmerst oder Geldangelegenheit. Alles andere bleibt. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Also wenn du hier etwas unterschreiben möchtest mit dieser Merkur-Energie und das hat mit Finanzen etwas zu tun, ein Vertrag, wie zum Beispiel ein Kaufvertrag, achte darauf, dass das nicht am 8. Juli wird oder ab 8. Juli, weil das werft etwas zurück. Besonderes, wenn du Gewinn machen möchtest, Investitionen. Kann auch aber ein Hinweis sein, wenn du etwas kaufst, dass der Preis zurückkehrt. Also das musst du dann so ein bisschen überlegen. Bei dieser rückläufigen Merkur kann auch bedeuten, bei Kaufvertrag, dass sie den Preis nachlassen, dass du das günstiger kaufen kannst. 2. Juli ist Neumond im Zwillinge, 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Ein Mondfinsternis ist immer bei Mondknoten. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. August, Uranus bleibt, Merkur ist in Zwillinge, diese Rückläufigkeit, natürlich Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Mars und Venus bedeutet auch die Liebe, natürlich das sind die beiden Liebesplaneten und Sonne ist, hier zeigt die Lebensenergie, die Kraft, Erfolg, Glanz, Öffentlichkeit, Wahrheit. Alles andere bleibt. 12. August wird Jupiter direktläufig. 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage. 15. August ist Vollmond im Steinbock. 23. August ist Halbmond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. 8. August. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Also ganz viel Energie fließt im 2. und 3. Lebensbereich. Alles andere bleibt. 19. September wird Saturn direktläufig. Und das hat schon eine Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal, also es dreht in eine andere Richtung. 6. September ist Halbmond im Skorpion. 14. September ist Vollmond im Wassermann. 22. September ist Halbmond im Stier. 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober. Uranus, Rahu, Ketu bleibt. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Hier sind Kontakte, Verbindungen, dritter, vierter Lebensbereich. Und Merkur befindet sich im Waage. Ein Nachricht kommt ins Haus oder du unterschreibst ein Vertrag bezüglich auf die Wohnsituation. Kann auch bedeuten, dass du einfach Zeit für dich nimmst und liest ein Buch oder lernst etwas. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. 13. Oktober ist Vollmond im Fische. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Uranus bleibt. Rahu, Ketu bleibt auch. Mars ist im Jungfrau. Da setzt du deine Kraft ein. Oder in diesem Lebensbereich hast du eine Verbindung zu einer männlichen Person. Sonne ist im Waage. Da fließt die Lebensenergie. Und Merkur, Venus ist im Skorpion. Das kann ein Gespräch sein mit einer weiblichen Person. Oder zeigst du deine Kreativität und schreibst du etwas. Oder machst du eine Schulung oder Seminar. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab erst 21. November wird Merkur rückläufig. Ab 28. November ist Neptun rückläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Wider. 19. November ist Halbmond im Krebs. 26. November ist Neumond im Waage. Dezember. 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 Uranus bleibt im Wider. Rahu Ketu bleibt. Zwillinge Schütze. Mars und Merkur ist im Waage. Ein Nachricht von einer männlichen Person. Oder du ziehst dich zurück, weil du möchtest in Kraft bleiben und lernst etwas. Oder hast du Gespräche. Das kann auch bedeuten, du musst dich da behaupten und durchsetzen. Etwas direkt ansprechen. Sonne befindet sich in Skorpion und Venus im Schütze. Das ist die Liebesenergie. Neptun bleibt im Wassermann. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Liebe Giarelia, das war dieser Jahreshoroskop für Jahr 2019. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. 20. Dezember ist motherf auraitig. 19. Dezember ist Herrbund. 20. Dezember ist Herzie. Untertitelung des ZDF, 2020